So, ihr kleinen Fickies, und damit herzlich willkommen zurück zu Visage. Das habt ihr mal verdient, auch mal am Anfang so einen kleinen Jumpscare von mir zu bekommen. Ein zweites Kapitel liegt kurz vor uns. Ich habe mal durch die Kommentare geguckt, viele haben geschrieben, setzt der einfach jemand neben dich. Da muss ich aber sagen, aktuell habe ich nicht das Bedürfnis, jetzt jemanden dazuzuholen. Das soll auch mal ein Let's Play sein, wo ich komplett alleine dabei bin. Auch das mit dem Pulsmessgerät ist ja noch so ein bisschen auf meiner Agenda. Vielleicht mache ich das nochmal irgendwann, schaue ich mal, wie sich das so ergibt. Jetzt geht es erstmal hier weiter, und ich weiß nicht, wie ich jetzt das zweite Kapitel trigger, um ehrlich zu sein. Deswegen schauen wir mal. Gibt es hier mittlerweile wieder Licht? Ja, das ist sehr wichtig. Draußen regnet es immer noch. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, komme ich auch irgendwann aus dem Haus mal raus? Für mich ist erstmal wichtig, hier überall Licht zu bekommen, weil das war am Ende des ersten Kapitels wirklich echt ein bisschen heftig. Der Spiegel funktioniert immer noch nicht. Warum kann ich mir diese Gegenstände angucken? Das muss ja eigentlich irgendeinen Grund haben. Ja, wie wir gemerkt haben, es ist natürlich immer alles so ein bisschen anders beim zweiten, dritten Durchlauf. Deswegen gucke ich hier nochmal alles durch. Vielleicht finde ich nochmal irgendwas. Ich habe übrigens genau vor meiner Nase hier einen Kaffee stehen. Der geht erstmal weg, bevor ich hier gleich alles kaputt mache. Gerade geht es mir auf jeden Fall noch gut. Ah, da hinten wieder ein Schlüssel. Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnst du ein neues Kapitel und kannst kein anderes Kapitel beginnen. Okay, wir nehmen jetzt das Schlüsselkapitel. Ich weiß nicht, welches das ist. Ich denke mal, dass das sowieso das ist, was die meisten nehmen, weil sie diesen Schlüssel finden, wenn sie runtergehen. Aber ich werde es jetzt auch annehmen. Schlüssel mit kleinem Spiegel. Also jetzt haben wir den für diesen Raum endlich. Dolores Kapitel. Also wahrscheinlich ist Dolores die Muri, oder? Im Gesamten geht es, glaube ich, in dem Spiel so ein bisschen einfach um die Story, warum dieses Kind sterben musste. Und hier kommen wir jetzt rein. Das ist der Spiegel. Und jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen aufgeregt. Ich finde das so schön, dass hier überall Licht an ist. Okay. Ich... Oh, Gott sei Dank. Fieht das jetzt wieder aus? Das ist nur der Spiegel hinter, oder? Oh, Gott bless Allah. Wollte schon sagen, weil... Äh... Wo ist der Spiegel hin? Okay. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass der Spiegelraum ein zweites Kapitel ist. Ich kann hier nichts mehr machen in dem Raum. Aber der Spiegel ist jetzt weg. Wo ist der denn jetzt hin? Oh, nein. Jetzt steht der da im Wohnzimmer. Und da will doch keiner hin jetzt. Der verfolgt mich die kleine Tochter nicht mehr, oder so. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Ja, jetzt soll ich nach oben gehen. Boah, jetzt kommen wir auf den Dachboden, oder was? Jetzt ist bestimmt die Tür auf. Oh, da flackert's. Ich will nicht, dass es flackert. Flacker am Arsch, ey. Oh, nee. Da passiert irgendeine Scheiße jetzt. Oh. Der Spiegel scheint dir ein anderes Zimmer im Haus zu zeigen. Oh, nein. Ich muss irgendwie diesen, so einen Haken finden. Es gibt für sowas, gibt es immer so einen Haken, mit dem du die Dinger da runterziehen kannst. Das muss es hier irgendwo geben. Oh, hier ist doch wieder so eine Babuschka, Alter. Als ob der da rumläuft und das auf einmal so mega bröckelt. Okay, er geht ins Schlafzimmer. Da bricht er gleich ein. Ich kann da durchgucken bestimmt. Da oben ist der Stuhl. Irgendwas bewegt sich doch da oben auf dem Dachboden. Ja, no shit, Scholdock, Alter. Ich falle mich, glaube ich, immer mit meiner Kamera durchgehen, wie so ein Fotograf, Alter. Heilige Mutter Maria, Alter. Oh, mir ist es, Alter, mir ist es so eiskalt gerade runtergelaufen. Holy moly. Bruder, ich habe keine Angst vor dir. Oh, scheiße, ich habe richtig Schiss. Oh, nein. Hä? Wo will er denn hin? Oh. Was ist das? Leute, das ist im Auge. Ja. Mit dem Haken können wir das runterziehen. Gefunden Haken mit langen Griff. Ehre. Ich wusste es. Geil. So, wir nehmen jetzt den Haken. Gehen hoch. Habe ich jetzt ein Geräusch gemacht oder eher? dio. Ich disc's. Ich disc's. Gehen hoch. Okay, das war das vom Schlafzimmer. Ich glaube, wir wissen, ob hier noch was oben ist, bevor ich wieder runtergehe. Irgendwas einsammeln kann. Ah, mein Mann. Holz müsste gerade so bei 145 sein. Ganz entspannt. Kann hier nichts machen. Also da haben die uns ja richtig hart reingebaitet mit diesem Dachboden. Ich dachte, hier passiert richtig krass was. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Okay, das ist jetzt interessant. Wir sind jetzt offensichtlich in der alten Version von unserem Haus. Richtig. Und es ist endlich mal hell draußen. Ehre. Was ist denn eigentlich auf dem Bild drauf? Überall dieses Spiegelding, ne? Lagerbarer, wichtiger Gegenstand. Wichtige Gegenstände, die mehrfach verwendet werden können, kannst du in der Welt lagern. Achte auf deine Umgebung, um diese Lagermöglichkeiten zu finden. Befunden. Audiokassette. Ich würde die gerne da reintun. Dolores' Symptoms are aggravating. Inneren Haus. Was does that even mean? What am I supposed to do? Also er hat irgendwas dokumentiert. Es wurde versucht, jemandem zu helfen, der krank ist. Oder wahrscheinlich eine Frau. Die Frau, die Dolores vermutlich. Sie hat immer fünf Zahlen genannt, die zum inneren Haus bei ihr führen sollen. So, jetzt sehen wir hier natürlich an der Wand irgendwelche Ziffern aufgemalt. Und wenn ich es richtig sehe, steht da 5037. Oder? 50. Mh. Okay. Was ist das? Audiotapes. Achso. Kann man so vielleicht eine Nummer da hinten erkennen? Nee. Ach, hier. Ah, ah, ah. Alter, das ist so weird. Also hier oben links sieht das irgendwie für mich aus wie 50397. Richtig? Okay, wir gucken mal. Ich meine, wir können ja hier auch nochmal wieder herkommen. Aber das müssen wir uns irgendwie merken. 50373. Ich glaube, da steht es richtig. Also hier 50373. Sieht aus, als würde etwas fehlen. Und dann eine zweite Latsche, Anna. Gefunden, Pantoffel. Oh Gott. Oh, Bruder. Alles klar. What the heck? What the heck? What the heck? Bruder. Drogen. Drogen. Nimm Drogen. Bitte. Knall dir rein. Ich kann nicht abdrücken. Ah! Was passiert? Jetzt ist der Dachboden wieder zu? Ich habe den Haken wieder dabei. Aber ich soll es nicht mal woanders hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wohin geht's? Wieder ein Raum, wo wir am Anfang aufgewacht sind? Junge, da liegen Gedärme auf dem Boden oder was? Junge, das ist doch ekelhaft. Ja klar, jetzt ist hier wieder ein ganz anderer Raum. Ihr könnt mich alle mal am Arsch. Was ist das für eine widerliche Scheiße, Bruder? Ach, das ist eine Robe oder so ein Wettlaken oder was? Das sieht aus, sah erst aus wie so ein Darm. Junge, wo bin ich hier gelandet? Ich werde schon wieder gespeichert. Wo ist der hin? So. 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 Wo ist es los? Gut, ich bin jetzt hier einmal komplett rumgel... Junge, da hängt jemand. Boah, mir schaudert es so heftig. Also hier gibt es jetzt in dem Kapitel bisher nicht so die krassen Jumpscares. Aber es ist psychologisch einfach eine Folter. Da steht doch eine Frau hinter mir. Jetzt ist sie natürlich wieder weg, ey. Alter! 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 Herzfrequenz ist gerade hoch. Alter. Gut. Gehen wir mal rein. Jo, er jumpt da einfach so rein. Jo, Bruder. Mach mal ein Rücken. Die Frau hat dich gebeten, ihr zu ihr Kind zu bringen. Nee, ihr Kind zu ihr zu bringen. So. Jetzt bin ich wieder in dem alten Haus, wo überall diese Spiegelfotos sind. Jetzt bin ich wieder im anderen Haus. Jetzt ist die Garage an. Jetzt fickt mich hier gleich jemand. Okay, da steckt was drin. Alter, was ist denn das für ein dicker Hammer? Ah, siehste. Zieh raus den Lörres. Krass. Jetzt ist der Spiegel kaputt gegangen. Bitte sag mir, dass du diesen Hammer mitnehmen kannst. Ehre, ich mach euch alle nass. Ich hau euch kaputt. Jetzt geht's endlich los. Der Spiegel ist kaputt wahrscheinlich. Jo. Alles klar. What the hell? Oh, der rennt richtig. Das ist eine kranke Scheiße, dieses Spiel einfach ist. Oh, ich bin wieder im Keller. Während der Early Access Version nicht verfügbar. Wollt ihr mich verarschen? Diese Inhalte stehen während der... Also, das ist ja wohl... Also, sorry, aber das ist ja wohl wirklich kacke. Ich muss mit beiden Händen greifen, um es zu verwenden. Okay. Da würde ich niemals reingehen. Wer macht sowas? Neues Feuerzeug. What the fuck? Kann ich das hier zerstören? Das sind alles so Kreuze. Feuerzeug! Holz brennt! Ja, was soll ich jetzt hier machen? Ach, lol. Ich wusste gar nicht, dass man mit Sachen durch die Gegend laufen kann. Ich bin Jesus, Alter. Und ich will jetzt, dass es aufhört. Ich kann das hier quasi alles zur Seite räumen. Aber man kann auch nur bestimmte nehmen. So, ich kann jetzt hier... Tom! Huh! Was für eine kranke Scheiße ist das hier? Ich brauche ein Brett. Ja. Ich bin so ein schlauer Mensch. Man lernt dazu. Und jetzt bitte fickt nicht meinen Kopf. Jumboin. Vielleicht fick ich auch ein paar Köpfe. Okay. 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 Die Kurbel fehlt. Ich muss eine Kurbel finden. Okay, eine Kurbel, eine Kurbel. Ich gehe jetzt noch mal ein Stück zurück. Ja, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Kurbel ist da jetzt nicht mehr. Guck mal jetzt hier. Vielleicht finde ich hier immer noch die Kurbel. Also, als ob du da jetzt reingehst. Hier ist noch einer. Jetzt muss man die Folge beenden hier. Okay. Wir brauchen noch eine Kurbel. Wir haben noch diese Ziffernzahl. Schreibt mal bitte alle 50373 in die Kommentare. Weil ich glaube, das ist die Zahl. Oder wo ihr glaubt, dass die Zahl richtig sein könnte. Weil wir werden diese Ziffer auf jeden Fall noch brauchen. Ich bin sowas von sicher. Das geht natürlich auch nicht. Ich fick euch alle. So, wir werden jetzt die Folge an dieser Stelle mal beenden. Das zweite Kapitel wirkt irgendwie komplett anders als das erste. Es baut viel langsamer auf. Aber ich bin gespannt, was jetzt hier noch auf mich zukommt. Und schreibt bitte mal die Ziffern in die Kommentare. Ich glaube, es war 50373. Oder was ihr da gelesen habt. Aber ich glaube, das war die richtige Ziffernfolge. Die werden wir nämlich noch brauchen für irgendwas. Gut. Heute mal ohne Jumpscare am Ende. Oder? Alter!